Mein Name ist Paul Mahr. Ich schreibe seit fast 50 Jahren Bücher für Kinder und für Jugendliche. Und meine bekannteste Figur ist wohl das Sams. Und ich habe auch einen neuen Band einer Sams-Geschichte geschrieben, ein neues Sams-Buch. Und das heißt Das Sams und der Blaue Drache. Und daraus würde ich gerne ein kleines bisschen, ein Stückchen vorlesen. Am Montag schien die Sonne. Ein schöner Tag, stellte Herr Taschenbier fest. Heute gehe ich mal ohne Mantel ins Büro, nur mit Jacke. Mit der karierten Jacke, fragte der Sams. Nein, mit der blauen, sagte Herr Taschenbier. Mit der Jacke, mit der blauen, hast du Glück bei allen Frauen, versprach der Sams. Nun übertreibst du aber, sagte Herr Taschenbier lachend und machte sich auf den Weg zum Büro. Der Sams folgte ihm bis vor der Haustür und wickte ihm nach. Auf der großen Wiese, nicht weit vom Haus, saß einige Kinder, die ihren Drachen im Wind steigen ließen. Der Sams ging zu ihnen hin. Darf ich auch mal die Schnur halten, an der dein Drachen hängt, fragte es ein Jungen. Aber der sagte, nein du Knirps, mein Drachen zieht so stark an der Schnur, den könntest du gar nicht festhalten. Der würde dich glatt hochziehen und mit dir davonfliegen. Kein Problem, sagte der Sams, erst letzte Woche bin ich mit meinem Drachen davon geflogen. Es war ein angenehmer Flug, ging ungefähr eine Stunde lang. Leider bin ich dann mit einem Geier aneinander geraten. Der hat den Drachen für einen feindlichen Vogel gehalten und hat ihn total zerfetzt. Ja und dann, fragte der Junge, ja dann bin ich abgestürzt, ist doch logisch. Und dann, fragte der Junge, ja erfreulicherweise bin ich unten auf einem Trampolin gelandet, das zufällig im Garten stand. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch ich geschleudert wurde, als ich von ganz da oben drauf sprang. Höher als ein Hausdach. Fast eine Viertelstunde bin ich noch gehüpft, bis ich das Trampolin endlich beruhigt hatte und ich absteigen konnte. Ehrlich? Du willst mich verarschen, sagte der Junge. Was für unanständige Wörter du benutzt, beschwerte sich der Sams. So ein Wort wie verarschen würdest du aus meinem Mund nie hören. So, wie würdest du denn sagen, fragte der Junge. Na, vielleicht verhindern, sagte der Sams. Und du bist wirklich geflogen, echt wahr, fragte der Junge. Denkst du vielleicht, ich übertreibe, sagte der Sams. Ich hatte natürlich nicht so einen lächerlichen kleinen Drachen wie du. Mein Drachen hatte eine Spannweite von vier Metern. Echt? Vier Meter? Ehrlich? fragte der Junge. Es können auch drei oder zwei gewesen sein, gab der Sams zu. Wenn nicht sogar eins, fünfzig. Ich kenne mich mit Metern nicht so gut aus. Steck mal beide Arme zur Seite, so weit du kannst. So breit war er ungefähr. Ja, richtig. Der Junge gab dem Sams die Drachenschnur in die Hand und streckte beide Arme aus. So breit? fragte er. Breiter kannst du nicht? fragte der Sams. Nö, breiter geht nicht, sagte der Junge. Na gut, du hast die Mühe gegeben, sagte der Sams und gab dem Jungen die Drachenschnur zurück. Dein Drachen hat mich jedenfalls nicht hochgezogen, wie du vielleicht gemerkt hast. Es lachte, ließ den Jungen stehen und ging. Als Herr Taschenbier nach Hause kam, sagte der Sams gleich, Papa, heute haben die Kinder draußen auf der Wiese ihre Drachen steigen lassen. Ich hätte gern auch einen. Na gut, sagte Herr Taschenbier, Drachen steigen lassen ist besser, als mit der Wunschmaschine Dummheiten zu machen. Am Samstag habe ich frei, dann kaufen wir dir einen Drachen. Am Samstagmorgen gingen die beiden in die Stadt zum Drachenladen. Der gehörte Herrn Hesperler. An der Ladentür hing ein Schild, darauf stand, dass Herr Hesperler Ferien machte und in drei Tagen wieder da wäre. Herr Taschenbier sagte, ja, dann warten wir eben drei Tage, ja, dann bekommst du den Drachen. Der Sams maulte, es wollte nicht so lange warten. Drei Tage, drei Tage darf dieser Herr Hesperler gar nicht weg sein. Das ist nämlich streng verboten. Herr Taschenbier fragte, soll ich Herrn Hesperler etwa aus dem Urlaub holen? Ja, genau, sagte der Sams, schreibe ihm sofort einen Brief. Herr Taschenbier lachte und fragte, ein Brief? Was soll ich denn schreiben? Der Sams hatte gleich ein paar Vorschläge. Machen Sie mit Urlaub Schluss, weil der Sams was kaufen muss. Oder legen Sie den Urlaub still, weil der Sams was kaufen will. Oder noch besser, lassen Sie den Urlaub sein, denn der Sams kauft gleich was ein. Darüber musste Herr Taschenbier lachen. Er sagte, lassen wir Herrn Hesperler seinen Urlaub genießen. In drei Tagen kannst du den Drachen immer noch steigen lassen. Du musst einfach nur Geduld haben. Aber der Sams wollte keine Geduld haben. Es hatte auch schon einen Plan. Damit musste es allerdings noch ein bisschen warten. Nächstes Kapitel. Der Sams, es wünscht sich einen Drachen. Was wird da die Maschine machen? Der Sams hatte seinen Wunsch nicht vergessen. Am Montag, als Herr Taschenbier bei der Arbeit war, schob es den Schreibtischstuhl vor den Kleiderschrank. Dann stellte es einen Küchenstuhl oben auf den Schreibtischstuhl und kletterte hoch. Der Stuhlturm schwankte, als der Sams nun auf den oberen Stuhl stieg. Es versuchte den Anstellknopf der Maschine zu drücken und musste sich dabei auf die Zehenspitzen stellen. Der Stuhl wackelte immer gefährlicher. Da muss ich vielleicht nachtragen, dass der Herr Taschenbier die Wunschmaschine, damit der Sams nicht ohne Aufsicht die Wunschmaschine benutzt, dass er die ganz oben auf den Kleiderschrank gestellt hatte. Und da versuchte der Sams jetzt ranzukommen. Es gelang ihm, den Anstellknopf der Maschine zu drücken. Ein Lichtchen fing an zu leuchten und zu blinken. Als sein Mund nah vor dem Trichter war, rief der Sams, Ich wünsche mir einen blauen Drachen, er soll nicht sehr groß sein, damit ich ihn vor Papakut verstecken kann. Da verlor es auch schon das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Küchenstuhl nach unten. Der Stuhl polterte durch das Zimmer, stieß gegen den Schreibtisch und blieb da liegen. Au! schrie der Sams. Es war auf etwas Stacheligen gelandet. Gleichzeitig rief noch jemand, Au! Das Sams stand auf und schaute, wer da unter ihm gerufen hatte. Es hatte auf einem Drachen gesessen, aber es war kein Stoffdrachen. Kein Drache, kein Drachen, den man im Wind steigen lassen kann. Das Tier hatte kurze, zackige Flügel, eine lange Schnauze mit großen Nasenlöchern und dunkelblaue Schuppen. Es war ungefähr so groß wie ein Fergel. Hä? Was soll das? Rief der Sams zur Wunschmaschine hoch. Ich habe einen Drachen gewünscht und jetzt sitzt da ein Drache. Was soll ich damit? Natürlich gab die Maschine keine Antwort. Schließlich konnte sie zwar Wünsche erfüllen, aber nicht sprechen. Der kleine blaue Drache fragte, wie komme ich, hieß hieß? Der Sams sagte zum Drachen, immerhin kannst du sprechen, das ist gut und einen Namen hast du auch, das ist noch besser. Du heißt also hieß hieß. Ich? Wieso? fragte der Drache. Der Sams wunderte sich. Gerade hast du gesagt, ich hieß hieß. Der Drache schüttelte den blauen Kopf. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe dich falsch verstanden. Wieso? Weil ich wissen wollte, wie ich um dieses Zimmes komme, sagte der Drache. Als der Sams nur Fragen schaute, sagte der Drache. Begseifst du Immes noch nicht? Der Sams rief. Hör bitte auf mich, du Immes zu nennen. Ich bin kein Immes. Ich bin ein Sams. Der Drache war ganz verzweifelt. Begseifst du es wisklich nicht? fragte er. Ich kann kein Zs sagen. Wenn ich zum Beispiel Saubsittes sagen will, sage ich Saubsittes. Und wenn ich sage, dass aus meinem Nasenloch Sauch kommt. Ach, jetzt habe ich es begriffen, sagte der Sams. Du kannst kein R, kein R sprechen. Aus deinen Nasenlöchern kommt Rauch. Stimmt das? Ja, stimmt, sagte der blaue Drache. Aber es muss, wenn ich Feuer gespielen habe. Nur wenn du Feuer gespielen hast, fragte der Sams. Du hast doch nicht vor, hier im Zimmer Feuer zu speien. Nein, habe ich nicht, sagte der Drache. Aber es, wenn ich mich aufsäge, kommt manchmal Feuer aus meines Nase. Aufsäge? fragte der Sams. Deine Buchstabenverwechslung geht mir ziemlich auf den Nerven. Ich werde nochmal in den Wunschmaschinentrichter sprechen müssen. Dann wünsche ich, dass du den Buchstaben erst sagen kannst. Du hast doch nichts dagegen. Nein, das wäre so schön, sagte der kleine Drache. Und es funktionierst wisklig mit dieses Wunschmaschine? Sams nickte. Das wirst du sofort gleich sehen, wenn nicht sogar augenblicklich. Dann kann ich die Wunschmaschine auch ausstellen. Sonst sieht Papa ja, dass die Maschine an ist. Die Lämpchen blinken noch. Wie vorher stellte es den Küchenstuhl auf den Schreibtischstuhl, kletterte hoch, schwankte und rief schnell. Ich wünsche, dass der blaue Drache den Buchstaben R aussprechen kann. Dann stellte es die Maschine aus und sprang auf den Boden. Raubritter rattern rastlos mit ihrer rostigen Rüstung, probierte der kleine Drache aus. Das rachsüchtige Rotzlömmel rasieren ihren Radiergummi. Hey, ich kann wirklich das Rütt sprechen. Hat funktioniert, danke. Was mache ich jetzt mit dir? Fragte der Sams. Ich muss dich gut verstecken. Sonst merkt Papa Taschenbier, das ich doch mit der Maschine gewünscht habe. Der Drache sagte, bevor du mich versteckst, hätte ich gerne was zu essen. Was fressen denn Drachen? Fragte der Sams. Drachen fressen nicht, sie essen, beschwerte sich der Drache. Sie essen zum Beispiel scharfes Gemüse. Wo soll ich denn scharfes Gemüse herkriegen? Sagt der Sams. Ich kann dir höchstens Nudeln anbieten. Wir haben noch eine große Schüssel davon im Kühlschrank. Die hat mein Papa Taschenbier gestern gekocht. Sehr gut, sagte der Drache. Er holte das R, so sehr freut er sich, dass er den Buchstaben jetzt aussprechen. Kommte. Gebratene chinesischen Nudeln, die gehen auch. Die Nudeln im Kühlschrank haben allerdings zwei Nachteile. Nachteile? Fragte der Drache. Ja, es sind keine chinesischen. Sie kommen aus Schwaben. Kein Problem, sagte der Drache. Es können auch ausländische Nudeln von hier sein. Außerdem sind sie nur gekocht und nicht gebraten. Kein Problem, wiederholte der Drache. Und sie sind kalt. Das lässt sich schnell ändern, sagte der Drache. Hol sie her. Ich kriege sie schon gebraten. Der Sams kam gleich drauf mit einer Schlüssel voll Nudeln aus der Küche und stellte sie dem Drachen hin. Der Drache holte erst tief Luft, dann spie er einen langen Feuerstrahl in Richtung der Nudeln. Leider ging der Strahl über die Schüssel hinaus. Die Nudeln blieben kalt, aber der Fußboden hinter der Schlüssel war jetzt angesenkt. Ich muss erst noch das Ziel üben, entschuldigte sich der Drache. Ich muss rauskriegen, wie weit ich den Kopf senken muss, damit der Feuerstrahl genau da landet, wo er hin soll. Du solltest das Ziel lieber im Bad üben, sagte der Sams. Das Bad ist gekachelt, da kann nichts anbrennen. Das sah der Drache ein und tappelte hinter dem Sams her ins Badezimmer. Jetzt ist also der Drache, der hat auch einen Namen, nämlich Ralfa, weil er einen Namen haben wollte, wo sein Lieblingsbuchstabe R vorne und hinten ist. Ralfa. Jetzt will der Sams seinen Drachen steigen lassen, wie einen normalen Drachen, denn der Drache kann seine Flügel ausbreiten und hat dann eine schöne Spannweite. Dazu braucht er aber eine Schnur, damit der Drachen an der Schnur hängt und nicht davonfliegt. Und deswegen geht der Sams in Frau Rothkulls Zimmer, in Frau Rothkulls Küche, um sie um eine Schnur zu bitten. Es ging auch gleich in Frau Rothkulls Küche und fragte, Frau Rothkull, hast du vielleicht, weiter kam es nicht, denn sie unterbrach der Sams, kannst du nicht anklopfen, wenn du in meine Küche kommst? Doch, kann ich, sagte der Sams, ging innen zur Tür und klopfte sogar zweimal. Willst du mich veralbern? fragte Frau Rothkull. Man klopft von außen und nicht, wenn man schon drinnen ist. Geh nochmal vor die Tür und klopfe richtig an, damit du es lernst. Der Sams zog eine Kremasse und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. Na, achte Frau Rothkull, was macht man nicht alles, wenn man eine Schnur braucht, sagte der Sams, ging aus der Küchentür und klopfte von draußen. Frau Rothkull rief, herein, na, siehst du, so ist es korrekt. Äußerst sehr interessant, sagte der Sams, das muss ich mir sofort merken. Klopft es an der Tür von außen, dann steht meistens jemand draußen. Drinnen sagt man dann herein. Klopft es an der Tür von innen, steht der Klopfer bereits drinnen, einer rein, muss da nicht sein. Frau Rothkull wusste nicht, ob sie sich ärgern oder lachen sollte und fragte, Und was führte ich in meine Küche? Och, niemand hat mich hergeführt, sagte der Sams. Ich habe ganz allein hergefunden, da staunst du was? Ich marschierte ganz allein aus meiner Zimmertüre raus, im Vorwärtsgang den Gang entlang und dann in deine Küche rein. Ich habe genug von deinen dummen Sprüchen, sagte Frau Rothkull. Was willst du? Eine Schnur, sagte der Sams. Willst du etwas zubinden? Eher etwas anbinden, sagte der Sams. Eine Schnur, also, wiederholte Frau Rothkull. Mal sehen. Sie zog eine Schublade auf und fand wirklich eine Schnurrolle. Eigentlich hast du die Schnur gar nicht verdient, weil du immer so vorlaut bist. Sie hielt dem Sams die Schnur hin. Hier, bitte. Der Sams betrachtete die Schnur. Er schien nicht sehr begeistert zu sein. Was ist? Fragte Frau Rothkull. Ist dir meine Schnur nicht schön genug? Nein, nicht lang genug, sagte der Sams. Die Schnur, die ich brauche, muss mindestens so lang sein, wie ein Haus hoch ist. Wie ein Haus hoch ist? Sagte Frau Rothkull. Was willst du denn mit einer so langen Schnur meinen Drachen steigen lassen? Da wirst du wohl in den Drachenladen von Herrn Hespeler gehen müssen, sagte sie. Der hat Drachenschnüre. Der macht aber gerade Ferien, sagte das Sams. Der ist erst in zwei Tagen wieder da. Dann wirst du eben zwei Tage warten müssen, sagte Frau Rothkull. Ja, ja, macht er das Sams. Das hat Papa Taschenbier auch gesagt. Na eben, sagte sie. Und jetzt gehst du bitte wieder schön raus aus meiner Küche und rein in euer Zimmer. Und das tat er Sams auch. Ja. 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 Ja.